Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Steinamteuer. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was mich als Kursanbieter natürlich immer besonders betrifft, nämlich der Sicherheit, beziehungsweise eigentlich der Unsicherheit. Denn heute wollen wir darüber reden, warum gefährliches Klettern manchmal auch gut sein kann. Also, lasst uns loslegen! Wenn wir darüber sprechen, was gefährliches Klettern überhaupt ist, müssen wir als allererstes klar definieren, was wir mit Gefahr überhaupt meinen. Denn oft schwören Begriffe durch die Gegend, die wir gar nicht richtig anwenden. Wir reden von Sicherheit und meinen eigentlich etwas ganz anderes. Wir reden von Gefahr und wissen gar nicht, was wir damit meinen. Deshalb beschäftigen wir uns jetzt mit den Grundbegriffen. Die erste große Begrifflichkeit, die immer in der Gegend rumschwirrt, ist Gefahr. Und die ist eigentlich am allerleichtesten zu definieren. Denn Gefahr ist die Folge unseres Handels. Das ist die Kletterfalle, der Tod oder die Verletzung. Das kann auch etwas anderes sein, wie dass wir festsitzen und die Bergwacht zur Hilfe brauchen oder oder oder. Aber am Ende ist es das, was dabei rauskommt, wenn wir etwas tun und es zum Beispiel schief geht. Das ist die Gefahr, die Konsequenz des Ganzen. Dann wiederum gibt es das Risiko. Das ist etwas, das wir oft mit der Gefahr verwechseln. Wenn wir davon sprechen, dass etwas ein hohes Risiko hat, meinen wir eigentlich oft, dass die Gefahr hoch ist. Also, dass wir dabei sterben könnten. Was wir damit oft nicht meinen, ist die Wahrscheinlichkeit. Und das ist letzten Endes das wirkliche Risiko. Was wir damit aber eigentlich meinen sollten, ist die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, die Wahrscheinlichkeit, vom Berg zu fallen oder, wie der Bayer sagen würde, von der Gans auf den Kopf geschissen zu bekommen. Das ist das, was mit Risiko eigentlich gemeint ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass etwas passiert? Und dem gegenüber steht der Begriff der Sicherheit. Der Begriff Sicherheit ist dabei auch ganz einfach, denn er beschreibt all das, was das Risiko senkt. Wie sieht das jetzt aber konkret aus? Wir kennen zwei Formen der Sicherheit. Die individuelle Sicherheit und die systemische Sicherheit. Das hier ist all das, was wir tun können, um unsere Sicherheit zu erhöhen. Sei es durch besseres Klettern, bessere Absprachung, bessere Berücksichtigung von äußeren Faktoren oder auch einfach nur, dass wir nur Dinge tun, die wir können. Das hier ist der Teil, den zum Beispiel die Hersteller für uns übernehmen oder Kletterhallenbetreiber, Routenbauer oder, oder, oder. Das ist alles, was von außen auf uns einwirkt und einfach die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls reduziert. Und jetzt, wo wir die Begrifflichkeiten schon mal festgelegt haben, kommen wir direkt zu Kapitel 2. Das Erste, was uns bei dem Thema Gefahr in den Sinn kommt, ist, dass wir sie meiden sollten. Das ist aber gar nicht klug. Wenn die Gefahr nur das Resultat unserer Handlungen ist, dann ist es etwas, was in unserem Sport einfach allgegenwärtig ist. Die Gefahr eines Absturzes oder Materialversagens besteht immer. Das Risiko dagegen variiert. Letztlich können wir also nie die Gefahr beseitigen, sondern nur das Risiko minimieren. Wenn wir aber mit dem Gedanken klettern, dass wir sicherer sind, erhöhen wir nur unser Risiko künstlich. Aus dem einfachen Grunde, weil wir das Gefühl der vermeintlichen Sicherheit spüren. Das wunderbarste Beispiel dafür ist sicherlich das Mehrseillängenklettern, auch wenn sich das auf das Klettern im Sportklettergarten genauso übertragen lässt. Nehmen wir als Beispiel einen starken 7er Kletterer. Ein solider Kletterer, er klettert im Klettergarten und in der Kletterhalle 7 bis 8er und dann wagt er sich in seine ersten größeren Mehrseillängen. 5 bis 10 Mehrseillängen, alles noch im Genussbereich und er siedelt erstmal tiefer an und steigt im 5. Grad ein. Jetzt läuft er schon Gefahr aufgrund seiner Unerfahrenheit, dass er in gefährliche Situationen gerät, in denen vielleicht er die Chance verliert, sein Handeln unter Kontrolle zu bringen. Der Grund ist ganz einfach. Er als Sportkletterer kennt nichts anderes als eben sein Sportklettern. Geringe Hakenabstände, gutes Sturzgelände. Gerade im 7. Grad beginnt es so, dass das Gelände auch mal überhängend wirkt. Also werden alle Stürze weicher, leichter, ungefährlicher. Und dann die erste Mehrseillängentour. 5. Grad in den Alpen. 6. Hakenabstände von 5 bis 15 Metern. Oder man hat sogar nur noch Schlaghaken. Manchmal muss man eine Sanduhr fädeln oder eine Köpfelschlingel legen. All diese Dinge hat der Kletterer bis hierher nicht berücksichtigt. Dazu kommt die Exponiertheit, der Wind, der einem um die Ohren pfeift und vielleicht noch schlecht aufziehendes Wetter. Was jetzt eintreten kann, ist schlicht und simpel die Spirale des Untergangs. Wenn wir uns angucken, wie schlechte Situationen entstehen, entstehen diese oft, weil wir Angst in einer Situation haben, derer wir uns nicht herfühlen. Dem folgt, dass wir uns natürlich mehr Kraft aufwenden und uns mehr verbrauchen und dadurch in die Überanstrengung geraten. Diese Überanstrengung hat zur Folge, dass wir die Kontrolle über die Zeit verlieren und das führt zu Panik. Und Panik ist der Punkt, der definitiv nicht an den Berg gehört, denn dann verlieren wir die Kontrolle und verlieren auch den Sinn für kluge Entscheidungen. Und genau das ist der wichtigste Punkt in diesem ganzen Thema. Wenn wir über Gefahr reden, reden wir immer über Konsequenzen und Entscheidungen. Wir reden immer darüber, dass wir das Heft des Handelns in der Hand haben. Das dürfen wir nicht wegreden und das ist das, was wir uns manchmal so auf die Schultern legen, wenn wir zum Beispiel ins Sport klettern gehen, wenn wir ins Placier klettern gehen, das leichte Klettern, wenn wir sagen, hey, wir wollen am Wochenende nur Spaß haben. Das führt dazu, dass wir glauben, wir wären sicher. Aber dieser Glaube ist ein falscher Glaube. Leichtes Klettern ist extrem gefährlich. Gerade im leichten Gelände ist das Gelände oft blockig, stufig, der Weg ist nicht ganz offensichtlich, die Gefahr von Verhauern ist sehr groß, meist gibt es nur wenig Sicherungspunkte und die Sturzsituationen sind meistens eher ungut. Deswegen ist das leichte Klettern deutlich gefährlicher als beispielsweise das Klettern im zehnten Grad, wo man halt gut und gerne 10 bis 15 Meter fliegen kann in vielen Touren, ohne dass ernsthafte Geletzungsgefahr besteht. Schaut man sich mal, und das ist jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel, aber Chris Sharma, Adam Ondra und wie sie alle heißen an, stellt man fest, dass die meistens ins Leere fallen. Wenn wir dagegen in einen durchschnittlichen Klettergarten gehen, werden wir schnell feststellen, dass wir fast immer mindestens in die gerade Wand fallen, oftmals sogar ins Blockige. Das Problem dahinter ist, wir müssen also mit einem Mindset klettern, das uns sagt, wir dürfen nicht fallen. Diese althergebrachte Kletterregel, die eigentlich als längst überholt gilt, gilt also immer noch. Denn gerade im leichten Gelände sind Stürze folgenreich. Wir müssen uns also antrainieren, dass wir in eben diesem leichten Gelände absolut sicher bestehen können. Und das erreichen wir nur durch Training. Das ist der Grund, warum wir Gefahr als Chance zum Wachsen begreifen müssen. Immer dann, wenn wir aus unserer Komfortzone heraustreten und trotzdem in unserem Niveau Sachen machen, die deutlich gefährlicher sind als das, was wir vielleicht öfter machen, lernen wir, mit Gefahr und Risiko umzugehen. Dann lernen wir, dass wir auf einmal eine akute Todesbedrohung haben, die wir aber noch wegarbeiten können. Und das ist das, was uns letzten Endes zu einem stärkeren Kletterer macht. Und das erlaubt es uns dann, im fünften Grad auch als siebener Kletterer im alpinen Bereich dann völlig solide dazustehen. Denn erst wenn wir das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren, wird aus dem Ganzen wirklich ein risikoreiches Unterfangen. Wir müssen also Gefahr trainieren und die trainieren wir am besten, indem wir sehr klug und koordiniert an Sachen rangehen. In dieser Erstbegehung hier von mir ist ein definitives Todesrisiko vorhanden. Der Sturz beträgt potenzielle 12 Meter auf blockigstes Gelände. Die Chance zum Überstehen wäre relativ gering. Allerdings konnte ich aufgrund der Situation das Ganze sehr strukturiert angehen, bin die Tour mehrfach geklettert, konnte mich darauf einlassen und konnte in den entscheidenden Momenten alle Fähigkeiten abrufen, um sicher da durchzuklettern. Die Tatsache, dass ich hier noch stehe, zeigt, dass ich es geschafft habe. Wie überlebt man das Ganze? Da steht zuallererst die Gefahrenanalyse. Ich bediene mich gerne des Systems Was will ich? Was kann ich? Und was darf ich? Wenn ich diese drei Punkte jetzt also ordentlich durchgehe, kann ich mir die Risiken besser einteilen, kann besser durchgehen, was ich tun muss und kann das auch wieder klarer kommunizieren und damit arbeiten. Der wichtigste Punkt in der Gefahrenanalyse ist letzten Endes der Was darf ich? Das klingt erst ein bisschen vage, folgt aber einem alten Outdoor-Grundsatz Don't do stupid things. Es gibt gewisse Regeln im Klettersport, die sich etabliert haben und die haben ihre Gründe. Wenn wir in die Unfallberichte reingucken und ich verspreche euch, es kommt dazu eine Videoserie, in der gucken wir in Unfallberichte rein, werden wir feststellen, dass diese Dinge immer alle begründet sind. Und die einfachste Regel im Klettern, die uns immer und immer und immer wieder den Arsch retten wird, ist die Redundanz. Jedes System, was redundant hintersichert ist, ist vor Versagen zumindest besser geschützt und senkt somit unser Risiko. Das Problem an dieser ganzen Analyse ist, dass leider die Welt nicht zweidimensional ist. Eine solche Pyramide ist in Wirklichkeit dreidimensional und wird auch noch von inneren und äußeren Faktoren beeinflusst. Die äußeren Faktoren sind relativ klar zu sehen und sind auch mit die größte Gefahr, die uns gerade in den Bergen begegnet. Das sind Wetterumschwünge, Steinschläge, das Handeln vorheriger Seilschaften, fehlende Haken, Verhauer in den Routen. Die Gründe für Scheitern und für Unfälle sind letzten Endes mannigfaltig und im äußeren Faktoren oftmals eben auch am unplanbarsten. Denn das ist das, was wir gar nicht beeinflussen können. Der zweite Punkt ist, die inneren Faktoren. Die inneren Einflüsse sind eben jene Einflüsse, die wir normalerweise zwar in der Hand haben, die aber eben in unser Risiko mit reinspielen. Sei es, dass wir früh aufgestanden und tausend Höhenmeter zurückgelegt haben, nur um zum Einstieg der Route zu gelangen. Sei es, dass wir zu wenig gegessen oder getrunken haben, das Wetter sehr, sehr warm ist und wir zu dicke Klamotten anhaben oder, oder, oder. Alles, was uns quasi schwächt in unserer üblichen Leistung, addiert sich auf die Wahrscheinlichkeit einen Fehler zu machen. Also wundern wir uns natürlich nicht, dass die meisten Unfälle in Extremsituationen passieren, in die die Kletterer sich aus Versehen rein manövriert haben. Indem sie extrem hungrig waren, indem sie sehr müde waren, sehr durstig oder extremer Hitze ausgesetzt. Aber wir können uns auch vorher schon erziehen. Und das ist wichtig. Denn, wenn wir uns ständig reflektieren und über unsere eigenen Systeme nachdenken, sehen wir, wie sicher wir wirklich unterwegs sind. Ein wunderbares Beispiel dazu, was in meinen Kommentarspalten regelmäßig irgendwie für Aufreger sorgt, ist das Tube. Das Tube hat seine Berechtigung und die gilt es nicht wegzureden. Man braucht es in vielen Situationen, sei es beim Eisklettern, sei es beim Mehrseillängenklettern mit Halbseilen oder auch im Sportklettern, wenn in Wettbewerben immer noch damit gesichert werden muss. Aber wir können dabei schön das System der Waage bedienen. In unseren Waagschalen liegen zwei Gewichte. Die Sicherheit und die Aufmerksamkeit. Wenn die Aufmerksamkeit hoch ist, kann die Sicherheit niedrig sein. Denn wir sind mit vollem Sinnen bei der Sicherheit. Wir sind selbst die Sicherheit. Das sind die Momente, in denen wir beispielsweise mit einem Tube sichern. Niemand, der mit einem Tube in einer Olympiade sichert, kümmert sich darum, dass sein Schuh offen ist oder, oder, oder. Er wird sich nur damit beschäftigen, was bei seinem Kletterer passiert. Und dieser ist dann maximal gesichert. Ganz anders sieht das aus, wenn wir dieselbe Situation in den Klettergarten bringen. Denn hier ist unsere Aufmerksamkeit meist deutlich niedriger. Wir sehen, dass ein starkes Ungleichgewicht existiert, in dem Moment, wo wir trotzdem im Tube sichern, weil die Sicherheit einfach sinkt. Das ist der Punkt, an dem die Hersteller reagiert haben und haben zusätzliche Systeme eingeführt, wie beispielsweise die Autotuber. Indem wir künstlich die Sicherheit erhöhen, erlauben wir es uns, unsere Aufmerksamkeit zu reduzieren. Gleichzeitig sehen wir, wenn unsere Aufmerksamkeit ganz weg ist, hilft die beste Sicherheit nichts mehr, es ist ein Ungleichgewicht entstanden. Wir müssen immer darauf achten, dass wir gesunde Systeme haben und wir müssen uns ständig selbst reflektieren und überlegen, was wir tun. Wir müssen uns auch noch ein, zweier Sachen bewusst werden, denen wir alle als Menschen unterliegen. Das eine ist die anekdotische Evidenz. Was das ist? Ganz einfach. Ich sichere seit 20 Jahren mit dem Tube, mir ist noch nie etwas passiert. Das ist schön, Unfallberichte weltweit sehen etwas anderes vor. Nur weil ihr nicht betroffen seid, heißt es nicht, dass ihr das Risiko nicht tragt, dass es euch trotzdem passiert. Der zweite große Punkt ist, dass wir ungern von bestehenden Systemen loslassen. Wir haben uns an etwas gewöhnt und möchten das nicht wieder hergeben. Wir Menschen sind gerne sesshaft und genauso ist es auch, wenn wir ein Sicherungsgerät haben oder wenn sich Fehler einschleichen oder wenn neue Sicherheitserkenntnisse zutage kommen. Nur weil wir es schon immer so gemacht haben, heißt es nicht, dass wir es immer so machen müssen. Das zu hinterfragen ist also genauso wertvoll, wie sein eigenes Handeln ständig am Fels zu überdenken. Ich mache gerne gefährliche Sachen und dennoch bin ich mir vieler Gefahren bewusst, die normale Kletterer meist nicht auf dem Schirm haben. Warum? Weil sich ein Großteil meines beruflichen Daseins darum dreht, mich mit Unfällen und Sicherheitsdingen auseinanderzusetzen. Und hey, ihr würdet euch wundern, was alles passieren kann. Murphys Gesetz sagt letzten Endes nichts anderes, als dass jeder Unfall passieren wird, der passieren könnte. Und dass ihr davon nicht betroffen seid, liegt nicht daran, dass ihr so supergute Typen seid, sondern das liegt daran, dass ihr Glück habt. Glück gehört dazu und bestimmt seid ihr auch alle supergut und seid super safe unterwegs, sonst würdet ihr wahrscheinlich diesem Video nicht bis hierhin zuschauen. Aber nichtsdestotrotz machen wir alle Fehler. Wir müssen uns alle vor Augen führen, dass die besten Systeme uns nicht vor Fehlern schützen können. Aber was mir wichtig ist, ich will hier keine Angst führen. Es geht nicht darum, den Sport jetzt zu verdammen oder für gefährlicher und risikoreicher zu erklären, als er ist. Was es aber gilt ist, dass wir uns dieser Sachen einfach bewusst werden. Und wenn wir uns derer bewusst sind, sie uns zunutze machen. Denn wir werden solidere und bessere Kletterer. Was kann man konkret tun? Klettert auch mal die erste Echse an, die ihr euch vielleicht sonst nicht so zutrauen würdet. Probiert etwas im Toprope aus und geht danach im Vorstieg rein, wo ihr sonst Angst vor hättet. Erfahrt Neues, geht mal Tratt klettern, sichert eine Route clean ab oder geht natürlich auch mal in schwierigere Routen rein, denen ihr euch sonst nicht so gewachsen fühlt und arbeitet euch mit Bedacht und Vorsicht da rein. Denn das ist der Punkt, an dem wir noch das Handeln in der Hand haben. Wenn wir gezielt Dinge ausprobieren und unsere Grenzen erweitern, wachsen wir und werden dann solide, wenn wir wirklich darauf angewiesen sind. In diesem Sinne, lasst euch nicht davon abschrecken, sondern denkt einfach nur nach, geht raus an den Fels, habt Spaß, ich wünsche euch viel Spaß im besten Sport der Welt. Euer Kenny von Steinabenteuer.